Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life's Strange 2. Wir sind hier Sean und Daniel und wir sind jetzt an der Küste. Wo bleibt sie denn? Hier kommt sie. Kommen Mushroom, holen Sie diesen Steck. Looks like these two are getting along. It's good to see them like that. Well, I got you that room. Seriously? It's only a room, no big deal. Look, I had tough times when I started out. And some strangers saved my life. Thank you. Now's my turn to help someone. It's right there, room 10. On the second floor. Listen, I don't want to freak you out, okay? But you have to be twice as careful now. I know it's easier said than done, but you should get rid of that phone. Really? You can always get a burner later. Trust me. And Sean, talk to Daniel. Brody, you're not leaving, are you? Yes, I am. But not until Santa Brody gives you a goodbye gift. Ta-da! I mean, ho ho ho. And don't you dare argue about it. I'll leave it right here if you do. Okay. You win. Thanks, Brody. Thanks, Brody. Feels good. Here. Looks like it's yours now. As always. Hold on. I didn't forget you. I've had it since my first road trip. And it's always kept me safe. Now it's yours. Cool. Um, do you think it's okay if she wears it, like our official guard dog? Sure. It's your bandana now. Okay. Time for me to hit the road again. Hey, don't look so sad. You can contact me on my blog. A tribe called West. So, you better keep me posted when you can. Okay? We will. Thanks again, Brody. Ha ha ha. Ah, bro hug. Ha ha. Wish you could stay with us. Me too, kid. Sorry, I'll probably think of a better goodbye when I'm on the road, but... Until then, take care, my dudes. I'm gonna miss him. Me too. Okay. Time to hit the sack. Ich wollte mich eigentlich noch am Strand umschauen. Kann ich wieder zurück? Ich probier's einfach. Ah, shit. Ich komm nicht mehr zurück. Ich wollte mich so noch umgucken. Ach, das ist doch doof. Kann ich nicht die Zeit zurückdrehen? Ah, shit, man. Ich hab mich in Brody getäuscht. Okay, good. Looks like the manager's asleep for the night. Shouldn't have any trouble from them. Do you think it will have Netflix? Or a Jacuzzi? Dude, this is some hotel. Not an Airbnb. Ah, das stinkt mir jetzt, dass ich mich nicht am Strand umschauen kann. Ich hoffe, vielleicht geht's am nächsten Morgen. Ich hoffe, ist hier noch irgendwas? Nee, hier geht auch nix. Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen jetzt in der 10. Wir müssen jetzt in der 10. Keine Zeit, um sich herumschauen. Die Nummer 8. Die Nummer 9. Und die Nummer 10. Oh, check it out. It even has a bathtub. Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV, too. And there's a balcony. Whoa, this is nice. And warm. Oh, this bed is soft. What about this one? Uh, not bad. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, there's no way you can beat me, but... Ready? I am so ready to beat you. Aw, shoot. I told you, man. Can we play another round? Come on. All the good. Sure, I mean, you're gonna lose again, but suit yourself. Not this time. Aw, come on. Not fair. You lost, man. What's not fair? I wanted that bed. Eh, take it. For real? I don't really care. Awesome. They're the same, you know? Yeah, but I like this one better. All right, I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pit-Pen. I wouldn't be so short, Cake Boy. I'll call you when it's ready. Uh, I'll be right here. Of course you will. Oh, cool. Hot Dog Man is on. Ooh, I remember this episode. Weird, it's awesome. I tried to iron my shirts once. Burned a hole through them. I can see why they left that tie. A cheap souvenir for a cheap trip. Makes sense. I don't think we'll be coming back this way. Okay, wir können hier bestimmt wieder... Oh, hier kann man rauchen. Trackstars aren't supposed to smoke. Yeah. Couldn't care less now. Ich kann mal bestimmt zeichnen. It's nice out here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? How can we get there without money? And Daniel still doesn't know what really happened. How the fuck am I gonna tell him? Me and Daniel just have to take it one step at a time. I don't know. Okay. Ich könnte jetzt einen seriösen Bung benutzen. Gärtner Cannabis. Selten unterlesene Stämme, Öle, Essbares und Wachsprodukte. Gültiger Ausweis. Erforderlich. Naja. Gibt es ja sonst noch was? Nö, ne? Wir hätten bestimmt an der Küste da was malen können. Scheiße, Mann, Herr. Prodi gave us some cash so we can take one of these tomorrow. They're headed south. Very Bus, Amerika. Wir sind very busy damit, ihnen den besten Transport zu bieten. Billig, kostenloses Wi-Fi, Snacks und Frühstück, anpassbare Sitze, Hotelangebote, Touren mit Reiseführer. Very Bus begeistert die Westküste seit 1978. Yeah, let's go hike tomorrow. Just for fun. Das war doch jetzt ein bisschen Ironie, oder? Gruppenrabatte. Erkunden Sie die Pfade Oregons mit erfahrenen Reiseführern. Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Region. Genießen Sie die Wunder der Natur. Für weitere Details longwalks.ue Yeah. Fuck Halloween. Zu Altversüßigkeiten. Wie steht es mit Candy Martini? Suchen Sie The Regal Beaver Heim für Halloween Kostümparty und Preise. 18 bis 2 Uhr. The Regal Beaver. Wish we could go there and pretend nothing happened. Roboterschloss. Die größte Robotersammlung in Oregon. Das war doch was für den Kleinen. Gratis für Kinder unter sieben. Na gut, wir könnten sagen, er ist sieben. Oder sechs. Ein bisschen schummeln kann man schon. Stuhl. Hinsetzen und zeichnen. Ja, das will ich. Nothing better than drawing to clear my head after this mess. Okay. Got it. I hope I won't mess up too much with the proportions. I've looked enough. Time to draw now. Hey. Not too bad. You're my new best friend, Mushroom. Can't believe I can actually sketch Daniel without yelling at him. Not to move every two seconds. Hmm. Pretty good. But I can add more details if I want. Cool. I think I'm ready to draw this. Cool. I think I'm ready to draw this. think I'm on the right track here. Shhh. She's falling asleep. Time to take the pen, dude. Damn, foreshort means a bitch. He's so calm when he watches TV. Good for him. It's kinda cool to have your bed now. I wasn't planning on getting rid of this bag, but... What's that? Uh... It was in Brody's car. He gave it to you. Uh... Well... Uh... Yeah. You stole it from him? I don't know. It looked cool and... You stole before, so I thought... No, man. Stealing is bad. We only do it if... We really need it. Okay? Plus... Brody was super nice with us. If it's bad, then... Why did you do it? Hey... We had to. It was different. I don't want you stealing around. Understand? Yeah. Okay. Daniel will be warm in this. That's a good thing. A real bed. Can't believe I'm that happy to stay at a motel. Ooh la la. Fresh, clean towels. Damn. I could paint this shit. I missed GPS already. But at least we're progressing south. No worries. We don't have to build a fire tonight. Ähm... Regeln für Gäste. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Kein Rauchen, kein Lärm oder lauter Musik. Kein Kochen und kein offenes Feuer. Frühstück von sieben bis zehn. Checkout bis elf. Übernehmen keine Verhandlungen für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, dann sollten wir vielleicht den Fernseher auch ein bisschen leiser machen, dass wir nicht auffallen. Danke für alles, Brody. Ich werde extra vorsichtig sein. Okay, ein Brief von Brody. Sean, ich bin ein besserer Autor als Redner. Also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein kann. Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar in dem Rucksack finden. Das ist alles an Bargeld, was ich übrig habe, aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Ich denke, dort seid ihr in jedem Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf, Brody. PS, melde dich, wenn ihr sicher seid. A Tribe called West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst das hier entziffern. Okay, der war halt doch nicht so schlecht. Ich habe wirklich gezweifelt an ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Man. Ich wünschte, dass wir immer Brody hatten. Okay, ach guck mal, der hat uns ein bisschen Kohle da gelassen. Eine Schlafmaske. Das ist eindeutig Brody's. Muss er vergessen haben, als er mir den Rucksack gegeben hat. Okay, AFK. Ich glaube einfach nicht, dass Daniel etwas von Brody gestohlen hat. Hm. Okay, das Handy würde ich jetzt mal noch nicht angucken. Was ist mit dem Zelt hier unten? Oh shit, das war wild. Aber wir haben jetzt ein Tent. Ja, das habt ihr. Und der Arsch hat es verdient, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier zurückkommen. Okay, das haben wir schon angeguckt. Den Fernseher beachten wir mal jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt mal hier ins Bad. Oh Gott. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Ah, damn. That fucking Ratneck hit me hard. I hit him harder, though. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir können duschen. Oh, ein Schaumbad. Oh. Time to be a kid again. Das wird wunderbar. Fill her up. Ugh. Yuck, Sean. There's a condom in my bag. Gross. Daniel will love this. Nicht zu viel. Nein, 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 nein. Run, run. Who get you? Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Yeah, yeah. Some things do not change. Hey, can you turn that down, please? Okay, okay. Okay, gucken wir. Okay, kann man das Wasser abdrehen? Oder läuft's und läuft's? The other way. Okay, das geht. Schließen. Gut. Dann würde ich sagen, glotzen wir erstmal ein bisschen TV, weil das Wasser ist arschheiß. Und dann schicken wir den Jungen in die Badewanne. Okay. So, what's up? The buns wanna catch Hot Dog Man. And turn him in the sausage meat. Oh, yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And they get to meet the city mayo. Man. It's been ages. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. Hm. True. Okay, I'm done here. You're missing the best part. I know. Du auch, junger Mann. Du gehst nämlich jetzt in die Badewanne. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Oh, my God. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Hey, dude. Everything okay in there? Of course. Mushroom gloves. Be careful, she doesn't need any soap. No, no. She's sitting by the tub. All right, Mushroom. Whoop! Wieso glaube ich denn nicht, junger Mann? Wieso glaube ich denn nicht? So, jetzt können wir mal das Handy nehmen, würde ich sagen. Okay, ich wollte eigentlich noch die Nachrichten checken. Zumindest von Leila. Oh, shit. Leila's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble, too. Ich bin ein Jugendlicher, ich ruf zurück. Scheiß drauf. Sean? Hey Leila. Sean? Oh, god. Are you okay? I guess. I'm... I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but... We can't take that risk. They're... They're gonna put me in juvie. And Daniel... Bullshit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry. I totally hate this. I guess... The freaking fighters are disbanded for a while. Should actually change us, I guess. So... Where are you going? Um... We're... Just going... Away. For now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Layla. Sean, wait. Sean, wait. Ich hoffe, deine Freundin ist so schlau und petzt es nicht in Bullen. Okay. Wait. Okay, okay. And... Action! Daniel! Get your butt in here right now! What... What did I do? You forgot to open this present. What is this? Salt? Underwear? That's it? Yeah. Pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Oh man, ich könnte mich davon auch nicht trennen. Also nicht wie im Handy, sondern weil da Filme drauf sind und so. Vom Vater. Aber ich muss es machen. Daniel, let me help! Das bringt nichts. Ich muss es wegschmeißen. GPS und so, ne? Schmeiß es weg! Na gut, da hätte ich es jetzt auch nicht hingeschmissen. Ich hätte es vielleicht ins Meer geschmissen oder so. Okay. Don't think about it. Just... Tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Oh man, ich muss mit ihm reden. Oh, dem geht's auch grad so gut, ne? Oh, ich muss es machen. Man, I... I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel... Come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a coat. Or something. Okay. I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Okay. Wir besorgen ne Cola. Oder ne Limo. Oder was auch immer. Irgendwas babsüßes. Wo Zucker drin ist. Zwei Dollar. Huh. Ganz schön teuer. Okay. Okay. Wir besorgen ne Cola. Daniel. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, my God. Daniel. What's happening? Oh, shit. Calm down. You liar. Dad. Our dad is dead. Why? Calm down. Daniel. Let's just talk. Please. You knew Dad was dead. You knew it. Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me for what? You? No. Daniel. I... I hate you. You're not my brother. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me. Daniel. Please. Oh. Shh. It's okay. I want Dad. Me too. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise... I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. 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 Puh. Heftig, deftig. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Okay. What are we gonna do now? What are we gonna do now? I was thinking... Maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah. I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time... In a wild... Wild world... There were two wolf brothers... Living in their home there with their Papa Wolf. They all lived happily together. But... But one day... Hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the Great Wake Forest. That's a Ph champ. They failed. They were like... Everyone lost. Is if we don't like someone who is, on earth... They left alone. They stayed here. To the qualités that were made, They went astbled by the humanity... They did not reinvent their perfect picture. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.